Heute gibt es einen richtig leckeren und saftigen Rhabarberkuchen mit Baiser. Und wie ihr diesen Gemüsekuchen schön hinbekommt, das zeige ich euch in diesem Video. Und ja, ihr habt richtig gehört, Rhabarber ist eigentlich Gemüse. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Hier sind die Zutaten und der Kuchen ist super einfach und so lecker. Dinkelmehl habe ich hier und da füge ich jetzt den Puderzucker hinzu. Das ganze ausführliche Rezept, wobei ich hoffentlich nichts vergesse, findet ihr unter diesem Video. Dazu gebe ich jetzt noch vier Eigelbe. Das Eiweiß packe ich separat hin, das dient mir nachher für den Baiser. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Salz für den runderen Geschmack. Selbsthergestelltes Vanilleextrakt, oben rechts unter dem i verlinke ich dir das Video dazu. Super einfach und günstig. Dann die selbst hergestellte Hefe. Darum dreht sich ja alles hier auf den Kanal und wie einfach lecker und bekömmlich das ist, erfahrt ihr immer wieder. Oben rechts unter dem i habt ihr die Playlist und ein bisschen Butter darf natürlich nicht fehlen bei diesem Kuchen. Das ganze gebe ich jetzt in meine Küchenmaschine. Da wird es ordentlich geknetet, so fünf bis acht Minuten maximal. Währenddessen kann ich schon mal den Rhabarber vorbereiten. Da ist immer der Beginn der Rhabarberzeit so circa Mai. Wenn ihr den schon vorher kriegt, dann ist es deswegen, weil der dann im Gewächshaus vorgezogen wurde. Wichtig ist, wenn ihr Rhabarber essen möchtet, Menschen, die Nieren- oder Gallenprobleme haben, sollten da wirklich vorsichtig sein oder da besser drauf verzichten. Ebenso Kinder, denn in den Stangen befindet sich Oxalsäure und das vertragen diese Gruppen nicht so gut. Also achtet da eben bitte drauf. Ich schäle hier jetzt mein Rhabarber schön und schneide ihn gleich in schöne Stücke. Und schön ist anscheinend heute in diesem Video mein neues Lieblingswort. Ich kann euch sagen, ich habe diese Sequenz so viele Male aufgenommen, ich bin froh, dass sie jetzt einigermaßen im Kasten ist. Also ich mache jetzt hier ganz getrost weiter. Dieses Rezept heute war wieder ein Zuschauerwunsch und ich bemühe mich wirklich, dass ich mindestens zweimal in der Woche diese Wünsche erfülle. Einmal eventuell einer von mir, wenn nicht sogar dreimal dann von euch. Ich habe wirklich eine Liste, die ich mir aufgeschrieben habe, also wenn ich das nicht sofort erfüllen kann, seid mir nicht bitte böse, sondern ich versuche das wirklich Schritt für Schritt zu machen und so, dass es auch ein bisschen abwechslungsreich ist. Und ich möchte gerne einmal Danke sagen an meine Mitglieder, die mich hier wirklich so tatkräftig unterstützen. Danke, dass ihr da seid. Vor einiger Zeit habe ich ja schon mal einen Community Post geschrieben, was ihr denn davon habt, wenn ihr Mitglied hier bei mir bei Emma Backt seid. Wenn ihr hierzu Fragen habt, schreibt mir gerne, ihr dürft mir auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn euch das sonst unangenehm ist, wenn irgendwas ist oder euch was auf dem Herzen liegt, schreibt mir gerne, ich bin für euch da. So und wollt ihr noch ein bisschen was zum Rhabarber wissen? Also ihr habt jetzt schon erfahren, es ist kein Obst, sondern Gemüse, auch wenn es immer leckeren Kuchen damit gibt. Und tatsächlich gibt es den erst seit dem 18. Jahrhundert in Europa, der war ursprünglich, wenn ich das richtig recherchiert habe, in Asien beheimatet. Ja und ab August geht er wieder in die Ruhephase. Bis dahin kann er theoretisch geendet werden, ist aber auch nicht lange verfügbar. Ähnlich wie der Bärlauch, wobei der sogar noch kürzer verfügbar ist. Es lohnt sich daher wirklich Vorräte anzulegen, Kompotte damit zu kochen, dass man wirklich auch vielleicht nochmal für den Herbst was hat. Denn Rhabarber ist echt lecker. Also ich muss zugeben, als Kind fand ich den doof. Mittlerweile mag ich den echt gerne. Und vor allem mit dem Baiser macht es wirklich rund, weil der Rhabarber ja ein bisschen säuerlich ist. Und durch den Baiser und durch die leichte Süße im Kuchen ist das wirklich schön abgerundet. So, ich schneide das jetzt hier in kleine Stücke, so ungefähr fingerdick. Und manchmal, wenn da nochmal so Fasern sind, dann zuppel ich die nochmal so ab. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr davon sehen willst, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Am besten aktivierst du dabei auch gleich noch die Glocke. Dann erfährst du immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und auch wenn du einen Wunsch hast, schreib es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Dann schreibe ich das auf meine Liste und gucke, dass ich das schnellstmöglich gebacken kriege. Im wahrsten Sinne des Wortes und natürlich auch vor allem, wenn es sich um Hefewasser handelt. Also wenn ihr generelle Wünsche habt, Lotto gewinnen, Frieden auf der Welt oder so. Ich glaube, da kann ich nicht ganz so gut helfen, aber wir können es ja mal ausprobieren. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, ich schneide hier jetzt frisch, fröhlich, frei noch eben weiter. Bin auch gleich da fertig und wie ich schon gesagt habe, hoffentlich war das die Variante, wo ich das getan habe. Ich habe noch ein bisschen was an der Rezeptur verändert. Hier knete ich nämlich jetzt den Teig ein bisschen. Ich habe hier da meinen Schneebesen von meiner Kenwood Cooking Chef genommen. Und während der Teig dann fertig war, habe ich gedacht, ja gut, das können wir nehmen. Aber ich persönlich fand den Boden ein bisschen dünn für fast ein Kilogramm Rhabarber. Geschnitten und geputzt ist es ja natürlich ein bisschen weniger. Also habe ich kurzerhand nochmal 250 Gramm Dinkelmehl hinzugefügt und nochmal 100 Milliliter Hefewasser. Da das jetzt zu umständlich war, das jetzt nochmal in die Küchenmaschine zu geben, habe ich das kurzerhand eben selber gemixt. Das kriege ich nämlich noch gerade so hin. Ich habe hier meine dänische Kelle. Vielen Dank Wolfgang dafür für den Hinweis, nicht schwedisch, dänisch. Ich wusste es nicht mehr ganz genau. Skandinavien, die Gegend. Und jetzt habe ich hier meine Küchenform, die habe ich gefettet. Ich habe unten auf dem Boden nochmal eben Backpapier gegeben. Und da kommt jetzt der Teig hin. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, wenn ich das jetzt gerade sehe. Da ist mein Teigschaber von meiner Küchenmaschine. Heute Morgen habe ich etwas für euch gemacht und der ist kaputt gebrochen. Aber ich habe gleich schon einen neuen bestellt. Ich hätte echt weinen können. Ich habe es wieder übertrieben. Ich bin da wirklich ein kleiner Tollpatsch. Ich benutze manchmal Geräte und Produkte, wofür sie eigentlich nicht gemacht sind. Aber das erfahrt ihr nächste Woche. So, also hier verteile ich den Teig einmal ordentlich. Der muss nicht perfekt verteilt sein, denn da kommt jetzt sowieso der Rhabarber drauf. Und ich finde, das ist ein super einfacher Kuchen. Den könnt ihr auch ganz perfekt mit euren Kindern machen, wenn ihr Lust habt, sie daran teilhaben zu lassen. Ich drücke den so ein bisschen rein, damit es auch besser passt. Entschuldigung. In meiner kleinen Welt ist das echt lustig hier. So und dann heize ich schon mal den Backofen vor. Ich habe wieder mein Rezept nicht dabei. Ich vertone nämlich gerade in einem der Zimmer unserer Kinder und dann habe ich das Rezept vergessen, hatte ich letzte Woche ja auch. Ich schreibe es euch unten, bei welcher Temperatur. So und während der jetzt ungefähr 25 bis 30 Minuten backt, habe ich hier das Eiweiß von den Eiern und ein bisschen Salz. Das gebe ich jetzt in meine Küchenmaschine und mixe mir das schön zu einem Baiser. Später mache ich das nochmal ein bisschen schneller, denn wenn ihr das so langsam macht mit der Kenwood, wird das nichts. So und wenn es ein bisschen aufgeschlagen ist, dann nehme ich den Puderzucker von dem Rezept und gebe immer so löffelweise ein bisschen hinzu. Nicht zu viel, die Luft soll ja nicht sofort entweichen, sondern wirklich so schluckweise alle ein, zwei Minuten ein bisschen was dazu. Dann geht wieder der Mixer runter. So ungefähr. Und dann wird das weiter gemixt. So bis es eine richtig schöne feste Masse ergeben hat. Ja, dreht sich schön im Kreise. Ach Mensch, ich habe so viel Spaß an den Videos für euch. Ich kann euch das gar nicht sagen. Es gibt so Tage, wo ich wirklich denke, es ist echt anstrengend, aber dann so wie heute. Ich möchte nichts anderes machen als die Videos für euch und guckt mal nach 25, 30 Minuten. Ich meine, es waren 180 oder 200 Grad Ober- und Unterhitze. Wie gesagt, schaut unter dem Video, ich schreibe es euch da wirklich hin. Dann gebe ich jetzt die Baiser-Masse. Die ist bei mir nicht ganz so fest, sondern ein bisschen flüssiger. Ich finde, das macht nichts, weil das sowieso gleich in den Ofen geht. Pack ich mir in eine Spritztülle, so viel wie da rein geht und dann mache ich so kleine Kleckse. Ihr könnt auch einfach das Baiser oben verteilen und mit einer Gabel so ein bisschen reinpiksen. Dann habt ihr auch einen ähnlichen Effekt. Also ihr müsst jetzt den Aufwand mit der Spritztülle nicht machen, aber ich bemühe mich ja, die Videos wirklich toll für euch werden zu lassen. Und ich arbeite auch daran, jedes Mal besser zu werden. Und spätestens nächste Woche, wenn ihr den leckeren Gugelhopf mit Tonkabohnen seht, dann seht ihr, es wird tatsächlich was. Also die Kuchen werden immer besser für euch. Ich fülle hier jetzt noch ein bisschen die Lücken und dann geht das nochmal für circa 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Und ich bin so nervös, jedes Mal, wenn ich etwas für euch mache. Aber ich finde, das kann sich sehen lassen. Also echt eine tolle Bräune. Ich hatte schon die Befürchtung, dass er ein bisschen anbrennt, aber er ist wirklich gut geworden. Ich bin ganz stolz. Lasst ihn jetzt mal abkühlen und dann zieht sich der Baiser nochmal ein bisschen zusammen. Ich war ein bisschen ungeduldig, an einigen Stellen habe ich das ein bisschen selber mit dem Messer nachgeholfen. Braucht ihr gar nicht, der zieht sich von alleine zusammen. Und schneiden wir ihn mal an und gucken, wie er geworden ist. Seid ihr auch so gespannt? Ich bin das jedes Mal. Und vielleicht sollte ich mir auch endlich mal einen Tortenschieber holen und nicht immer nur das Messer benutzen. Ach, ich weiß auch nicht. Ich kann euch sagen, seitdem wir umgezogen sind, irgendwie sind ganz viele Sachen verschwunden. Stück für Stück. So, also mit dem Messer geht das genauso. Passt bitte auf eure Finger auf und dann guckt euch das Ergebnis an. Der Teig ist so richtig schön aufgegangen und der ist so saftig. Wahnsinn! Also wirklich, ich habe ihn lange genug gebacken. Er war sehr lecker, aber durch diese viele Flüssigkeit von dem Rhabarber ist er natürlich ein bisschen matschig. Aber probiert es aus! Dies! Wir machen jetzt noch das Wasser so sehr schnell. Es ist wieder da so viel Tackle! Wir machen dann mit dem Rhabarber. Und als wir brauchen ein bisschen mehr durch den Rhabarber. Wir machen jetzt mal das Wasser. Aber wir machen die Rhabarber. Und jetzt sagen wir mal… Wir machen jetzt noch ein bisschen besser.